So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Triff dich mit einer Schockwellengranate, während du im Sturm bist. Was müssen wir dafür machen? Richtig, wir müssen genau so eine Schockwellengranate finden. Die liegen random irgendwo in der Welt verteilt rum. Es ist natürlich ein bisschen Glück, eine zu finden. Und was müssen wir dann machen? Richtig, wir müssen in den Sturm rein. Damit will Fortnite wohl eher nur zeigen, dass man sich damit ziemlich schnell fortbewegen kann. Für die etwas jüngeren Spieler, beziehungsweise neuen Spieler. Und denkt dran, wenn ich euch mit den Aufgaben helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Und natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Auch die alten Hasen unter euch. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ich kenne euch ja fleißig und kommentieren, aber dann vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Grüße gehen raus. So, wenn wir die Granate haben, einfach fallen lassen und abfahrt. Schon haben wir unsere nächsten 24.000 XP. Und damit ist auch diese Aufgabe erledigt. Ihr seht, es ist ziemlich simpel. Ihr seht auch, die Angelaufgabe immer noch nicht viel weiter. Weil klar, ihr seht es irgendwo, hier sind meine Teammates. Die sind am Angeln. Neun Fisch haben sie hier die Runde schon geagelt. Und ich würde sagen, ich mache für euch die weiteren Aufgaben. In dem Sinne, haut herein.